Und da sind wir wieder bei The Walking Dead, Episode 4, in dem Haus, ich rede gerade wie krank, nein, in dem Haus, wo wir gerade waren, mit dem kleinen Hund, den wir ausgegraben haben, voll süß. Und warum sollte es nicht leer sein? Geht nicht. Was war das? Hört ihr das? Oh, da hinten war was. Duh, oh. Ach, nehmen wir noch ein bisschen. Ich bin nicht so hungry, also ich muss mich zu Ende checken, die drüben Stairs. Kein Strom. Ich wollte ja nicht mehr dazwischen reden. Aber er hat genau das gleiche gesagt, was ich gesagt habe. Oh, Molte. Water! Ich höre Fußspuren, äh, Fußspuren. Ich höre Fußschritte, so. Ich höre Fußspuren, so gut bin ich schon. Das habe ich auch schon gesehen. Nee, rausgehen will ich jetzt nicht. Achso, komm mal hier. Oh. Das können wir doch mal nehmen. Ja, gut, ich beeile mich ja schon. Oh mein Gott, das wäre ja richtig scheiße geworden, wenn wir das jetzt getrunken hatten. Okay, ich, äh, guck mal, wahrscheinlich sollen wir uns, ähm, bisschen, äh, beeilen. Wie kann man eine Tür haben? Boah, ich würde ja sowas in die Toilette gehen, wenn, weißt du, im Zug war keine Toilettenpapier. Okay, rar an Toilettenpapier, sag ich mal. Ja, meine auch nicht. Wir sind in die Kammer, vielleicht? Und los! Okay. Dann lass uns gehen. La 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 la, lass uns gehen. Clementine. Hallo. Nein, hab ich noch nicht. Ja, okay. Wo sind die anderen? Wegen dem Plan zum Geburt geht er jetzt los. Da kommt er langsam. Augenfänge? Ja. Ich mag es viel besser, wenn wir sicher wissen, dass es sicher ist. Ich werde sicher. Aber jetzt fühlt es sich nur die Verlust, die wir brauchen. Vielleicht wird mein Glück starten, um sich zu verändern. Ich würde das glauben, dass ich das glaube. Sitze auf. Ich werde den ersten Platz beigetragen, um sicher, dass es sicher ist. Danke, Lee. Na klar. Was für ein riesen Haus. Haus, Haus, Haus. Okay, ähm. Dann gucke ich jetzt erstmal die Tür. Weil die groß ist. Ich hab mich gar nicht erschreckt. Ist er okay? Ja, aber jetzt. Aber ich bin wirklich schreckt, dass sein Lager sich infektiv haben. Ich glaube nicht, dass du keine Meden aufgerüstet hast, während du umgekehrt hast. Nein, nur Pferd. Und da ist ein Whisky in der Back. Ich fragte nur Clementine, ob sie weiß, wer der Mann auf ihrer Radio ist. Es ist okay, honey. Nur zu, Clementine, wir wollen eine Antwort, Clementine. Bekomme ich wenige Antworten möglich? Er ist ein Pervert. Motherfucker. Lee, you need to get up here now. What's wrong? It's Kenny. Kenny said he thought he heard something up there. Went to go look. He's up there? I can't get him to come down. Stay here. Weil das letztes Mal ja auch so gut geklappt hat. Ich hab eine Tür nicht gerade, äh, nachgeguckt, ne? Wow, wow. Kimi? Kenny, du bist okay, Mann? Oh, Jesus. Was der Hell ist das? Oh, mein Gott. Ach, du Scheiße. Ach, du Scheiße. Kind of looks like Duck, don't he? It's just a kid. What the hell happened to him? Ain't nothing on him. I guess he must have been hiding out of here. Starved to death. Jesus Christ. I don't know if I can, Lee. Couldn't do it before. Can't do it now. I can't ask you to do this, Matt. I'll take care of it. Like I did before. Are you sure? I guess we'll find out. Damn. Damn. Oh, das ist echt, wow. Das ist echt traurig. Oh, das ist echt, wow. Das ist echt traurig. Nee. Also ich glaube, Gesundheit. Ich glaube, ich hätte eher die Fenster eingeschlagen, als dass ich hier verhungert wäre. Ich glaube, man muss ja wahnsinnig werden. Oh mein Gott, die Zeichnung, da ist ja echt krank. Schnell und leise. Leid befreien. Also ich würde dicho, es ist echt krank. Ich lege es. Scheiße. Fuck. Ich werde Chuck suchen, bevor ich das Kind hier begrabe. Neben seinem Hund, neben seinem Hund. Wie geht's? Ist es nebeliger geworden? Oder regnet's? Und neben seinem Hund ist der beste Platz. Das ist echt... wow. Sag ich da nichts dazu? Okay. Krass, er sagt nichts dazu. Okay. Und die Musik passt gerade ziemlich gut. Ich glaube nicht, dass ich Kenny das machen lassen hätte, bla bla. Weil ich finde, der ist schon so durch. Der hat auch seinen Sohn nicht umbringen können. Ich meine, es ist ja wie, als würde er Kinder erschießen. Und ich glaube, da hätten wir ihn dazu gezwungen, halt das zu tun, was wir ihm auch abgenommen haben. Also finde ich das die richtige Entscheidung. Auch wenn wir dadurch ein bisschen fucked up werden. Aber, ups, sorry. Aber das ist, glaube ich, das Beste. Ne, noch ein bisschen. Ich habe nur Angst, dass diese Stimmung gleich ein bisschen am Arsch wird, wenn er wieder aufwacht und wir dann auf dem Dings verkloppen müssen, weil die Musik gerade anfängt, ein bisschen brenzliger zu werden. Dieses... Boah, ich habe gerade mich mega erschreckt. Jemand hat uns beobachtet. Ich habe jemanden da standen, da bei der Fütze. Wir sehen uns. Ein Walker? Nein, zu schnell. Ich habe ihn aus wie ein Bade aus der Hölle, wenn ich ihn sah. War es ein Mann oder eine Frau? Ich habe nicht einen guten genug Schau. Was ist das wichtig? Ich habe mich gefragt, ob es der gleiche Mann, der uns folgt. Der Mann auf der Radio. Kimi? Ich bin gut. Ich bin gut. Ich bin gut. Ich bin gut. Was ist das Wurzeln? Lee gesehen hat jemanden, die uns außerhalb der Galle. Was? Wer? Wer? Ich kann es nicht verstehen. Ich kann es nicht lernen. Ich kann es nicht sehen. Ich mag dieses Jahr eine Einige. Nicht eine Einige. Ich kann es nur. Walkers sind eine Sache. Aber die Gedanken von jemandem aus dem Atem zu folgern, haben wir uns. Okay, das ist alles. Wir haben hier lange genug Zeit. Es ist Zeit, um zurück zu gehen. Es ist Zeit, um zurück zu hoch. Zeit, um zu der Rive, um zu befinden, um ein Boot zu befinden. Ich weiß nicht, ob Omeid ist gut genug zu gehen. Aber er sollte bereit sein, denn ich gehe jetzt nach River Street zu finden. Und als sie bereit sind, wir gehen. Ja. Wir haben Essen, Wasser, Meds, Ammo. Wir müssen sicher, dass hier nichts wir hier benutzen können, bevor wir gehen. Du kannst es, wenn du willst. Ich bin fertig mit dieser Haus. Wir sind in der Stadt, um ein Boot zu finden, und das ist nur was ich. Ich will doch nur noch eine Tür. Ich habe gesagt, ich bin fertig mit diesem Haus. Sei leise. Ich will doch nur noch eine Tür. Wir können es beide tun, Ben. Du gehst einen letzten Blick rund um den Ort. Du gehst etwas, das sinnvoll ist, während ich und Kenny gehen nach dem River, um uns ein Boot zu bekommen. Warte, kann ich nicht kommen? Meine Mutter und Vater können nicht weit weg sein. Vielleicht können wir sie nach dem River suchen. Vielleicht können wir sie nach dem River suchen. Ich hoffe, dass du hier bist. Ich glaube, es wäre besser, wenn du hier mit Ben stayedst. Ich brauche, dass du bei Omeid und Krista aufhörst. Wir helfen, dass sie bereit sind. Du gesagt hast, dass ich immer zu bleiben bleiben. Ich weiß, es ist nur das Mal. Es ist nur das Mal. Manchmal haben wir alle, was wir wollen, für das gut der Gruppe nehmen. Hey, keine Angst. Ich werde wieder zurück, bevor du es wissen. Okay. Okay. Es war Nacht. Es war Nacht. Es war Nacht. Es war Nacht. in diesem Haus. Du schreit sie. Du schreit sie nicht. Du schreit sie nicht einmal zweimal über sie. Entstanden? Ich habe keine Probleme mit Walkers schreiten. Hast du gehört, was ich gesagt habe? Nichts oder jemand. Gut. Infected. Infected. East Bay Street und Lincoln Street. Und was ist das denn? Ein Fahrzeug. Okay. Ohne Reifen. Okay. Und ein Stoppschild. Die Stoppschild. Ich finde das mega cool, dass unsere Wunden verheilen. Also das ist mega cool. Das finde ich cool. Das ist so nachgedacht. Das sieht nur aus, als hätten wir uns mit Lippenstift etwas falsch angemalt. Aber trotzdem. Aber noch gut. Was soll das eigentlich? Das habe ich schon öfters mal gesehen, dieses RLW 6700. Äh. Willst du reden? Glaubst du immer hast du eine Sicherheit? Haltet ihr auch schon nach Chuck? Äh. Ich glaube Chuck ist tot. Ja, sicher. Ja. Das ist ja strategisch schlau. Weil man sicher gehen will, dass die... Vielleicht wird uns jemand eingefallen. Vielleicht wird uns jemand ablenken. Ich weiß nicht, aber die Person, die die bellen, uns ein favorit machen könnte. Alles klar. Ich finde, wer das macht. Ich werde ihre bellen. Für sie. Gute. Das ist voll strategisch. Die Zombies überall hinzulocken, wo man will. Weil dann kann man die Häuser da immer abchecken. Checken. Ich denke. Ich denke. Ich denke. Ich denke. Oh mein Gott. Oh, fuck. There's gotta be a boat. There's gotta be. Are you sure about that? Doesn't look like it to me. Maybe we need to start thinking about a plan B. This is the plan. It's the only one we've got. And you piss on it in front of everyone like you did back at the house? Ain't exactly helping. Screw you. I ain't giving up that easy. Nicht über die Brunnen. Oh. Oh, da hinten ist die Straßenbahn. Nope. Nein. Das funktioniert nicht. Was? Was? Wie denn? If you have money. Bei Until Dawn war das auch mega krank. Weil man musste halt Geld reinschmeißen. Und irgendwann ging das einfach aus und macht BAM! Und das war halt mega creepy. Auf jeden Fall. Was wir da finden und ob wir Zombies abknallen müssen wie jedes Mal eigentlich in jeder Folge. Das erfahren wir in der nächsten Folge. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! Was? Was?